Ich würd' sagen, gefällt mir jetzt auf Anhieb nicht. Wo kommt'n ihr her? Au! Ja, brauchst du ja nicht um da, oder? Als Pisa aufsteht, legt ihr schon wieder einen Wohnen, du bist voll die Pfeife, Alan. Ist das nicht da irgendwo? Muss ich jetzt wechseln? Gutes Wortes. Die Handlung hat keine Bewegung. Oder ich puste sie weg. Sie haben mich gefunden, Mr. Casey. Ich bin ganz ohr. Na los, stellen Sie mir die brennende Frage. Wie haben Sie das gemacht? Wie konnte ich in dem Ausschnitt sein, ohne mich daran zu erinnern? Reden Sie verdammt! Sie haben den Film gesehen? Oh mein Gott! Gut, dann sind Sie jetzt bereit für das Treffen mit dem Großmeister. Er erwartet Sie im Vorführraum. Dort werden Sie alles erfahren. Und er wird eine neue Realität auf diese projizieren. Und damit habe ich meine Aufnahme erfüllt, Mr. Casey. Nein! Verrückter Mistkerl! Warum ist er gesprungen? Der Vorführraum. Habe ich dort in Tatort entdeckt. Wer ist der Großmeister? Nein! Sorry! Gibt es da eine Abkürzung, wenn wir den haben? Eine Leiter oder so? Oh oh! Ich würde sagen, gefällt mir jetzt auf Anhieb nicht. Wie ist das? Ich bin ein Schisser, ich weiß. Aber wenn es schon da ist... Aber wenn es schon da ist... Vor vier Minuten gespeichert. Oh Gott! Da war was! Tschüss! Das Spiel! Ich hab da immer Gänsehaut. Hey, mir wurde eine Tür geklaut. Das ist unfair. Was ist das? Jo. Danke. Das Licht nehme ich mir wieder. Ich will auch da nochmal schweiern. Oh Gott. Ich scheiß mir in die Hosen. Ich scheiß mir in die Hosen. Okay, jetzt machen wir Großmeister. Da ist dann bestimmt die Tür offen da oben, oder? Ah. Ich kann dann da runter. Jetzt bin ich neugierig. Lauf du! Der Schatten bewegte sich zu schnell. Wo war er hin? Ach, das ist der Raum. Okay. Ich kann da nicht rutschen. Wieso? Wieso? Okay. Mann, dann wird es der richtige Weg gehen. Das ist vor Arsch. Der Schatten war vor Ort. Aber wohin? Mach Tür zu. Haben gefunden. Wo kommt der Schatten? Au! Ja. Rauchst du ja nicht um da, oder? Das Pissar aufsteht, legt er schon wieder an den Boden. Du bist voll die Pfeife, Ellen. Verstehe ich es nicht. Also wenn mir jemand auf den Kraken wollen, ne? Dann wäre mir das in erster Linie durch den Adrenalinrausch. Völlig egal, ob mir der was ins Kreuz reinhaut. Da wird ein Hitze... Oh, lauter mal der Zeit. Ich muss aufstehen. Ich muss aufstehen. huhu huhu PRP's dich was war das? warum? ich versteh es nicht da war nicht einmal was und machen wir einmal full help und da wir genügend haben tausche das aus geh halt rüber stell dich nicht so doch dann Ufff! 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 Na toll! Steh halt auf! Stell dir nicht auf! Du sollst laufen! Der hat einfach einen damit wieder ab! Ufff! Keine Lust! Da ist ein Safe-Boom! Hau ab da! Ha! Moment! Ich wollte das hier wieder umeinander rennen! Machen wir das hier! Scheint mir Sinse machen! Hallo! Großmeister! Wache! 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 Äh ja! Im Vorführraum! Bist doch du, oder? Wache! 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 Äh, ich bin doch da! Oh, das ist so eine Tür. Es musste von hier einen Weg zum Vorführraum geben. Alter, geile Poster. Ich war nicht allein. Ja, die saß fast so, oh ja. Alter. Gib mir was, gib mir was. Was ich will, was ich habe. Irgendwelchen Stuff. Ein Raketenwerfer, egal. Kann er nichts mitnehmen? Wow, er geht normal durch die Tür. Das müssen wir feiern. Okay. Wieder zurück am Anfang. Eine Schleife in der Schleife. Ich musste weiter. Ich bin hier, verdammter Pichser. Zeigen Sie sich. Wer hat das gesagt? Großmeister, dass ich nicht lache. Ein Clown in einer Maske. Ich bin hier nicht derjenige, der eine Maske trägt, Idiot. Der Casey in der Geschichte verlor langsam den Verstand. Ich auch. Verständlich. Oh, jetzt ist es abgeschlossen. Wir haben eine neue Tür. Ich war wieder am Anfang. Ich musste weitermachen. Und einen Weg bei Tatertüren. Ich bin hier, verdammter Pichser. Zeigen Sie sich. Wer hat das gesagt? Sehr clever, Arschloch. Sie können davonlaufen, aber ich werde sie finden. Großmeister, dass ich nicht lache. Ein Clown in einer Maske. Ich bin hier nicht derjenige, der eine Maske trägt, Idiot. Warum sagen Sie mir das nicht ins Gesicht? Ach, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Alter, wer wechselt immer die Türen? Ich bin gestorben, bin ich gestorben? Sie erwischt mich. Sie verschlangen meinen Verstand. Es hat nicht keinen Sinn. Oh, wuck, 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 wuck. Bleib dich zusammen. Return. Ich habe Return geschrieben. Etwas ging schief. Ich habe es oft geschrieben, doch es ging immer schief. Ich vergesse. Verstimmend nicht. Stimmt mit mir etwas nicht. Stimm mich irgendwie nicht. Oh, empfehle mir etwas. Überspring mich etwas Essentielles. Ich muss schreiben. Was ist das? Schreibt einen oder anderen Tätten, wer kommt mir da hin? Und funktioniert. Vielleicht fehlt noch ein Schritt vor Return. Was kommt zwischen Partial Return? Die Aufgaben, die Herausforderung, die Lektion. Initiation. Ja, das hat vielleicht nicht geschehen. Warum diesen Ort zu kontrollieren? Um alles in die Wehe zu leiten, kein Return for Initiation. Ja, das fühlt sich heftig an. Initiation. Gehen los, Initiation scheiben. Cool. Und jetzt? Da ist noch eine Tür. Äh, war klar. Jetzt ist Dizzy da. Oh. Ich war wieder am Anfang. Ich musste weitermachen. Und einen Weg zum Tatort finden. Ja. Wo kannst du nicht die Knoten aufmachen? Sie müssen mich nicht mit diesem Messer abstechen. Sie können einfach aufgehen und gehen. Oh nein. Ah. Auf gar keinen Fall. Das wird Ihnen leid tun. Zu. Und weg ist er. West zum Tatort. West zum Tatort. Untertitelung des ZDF, 2020